Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Rückkehr nach Brasilien ein Bad in der Menge genommen. Drei Monate hatte er nach Verlust seines Amtes in den USA verbracht. Hunderte Anhänger, darunter Abgeordnete und ehemalige Minister, bejubelten den rechtsextremen Politiker bei seiner Ankunft im Bundesstaat Sao Paulo, wo er an einer Agrarmesse teilnimmt. Landbesitzer sind wichtige Unterstützer Bolsonaros, die während seiner Präsidentschaft von ihm profiert wurden.